Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Love is Strange Warren ist so ein klassischer Nerd. Mal sehen, ob ich diese Sachen finden kann. Gross, ich liebe diesen Formalen-Such. Mal kurz schauen, wie müssen wir die Nachricht von Warren anschauen. Hm. Okay. Sieht jetzt nicht besonders zuverlässig aus. Hm. Na ja. Hm. Mal schauen, ob wir hier ein paar Zutaten fanden. Hm. Die wir brauchen könnten. Es wäre zumindest... ...nicht ganz so schlecht. Du bist ein Arzt, verdammt. Nicht ein Wissenschaftler. Aber das ist so nicht Sodium Chlorate. Hm. Everybody's asleep. I hate to wake them up, but I want a picture. Wo finden wir die Zutaten? Oh, Zucker. Okay, eine Zutaten hatten wir schon mal. Und hier haben wir sonst nichts. Wo könnten die anderen Zutaten sein? Das ist wie eine Szene in einem Horrorfilm. Oh, Kate. Daniel ist ein besser Illustrator als ein Fotografier. Viktoria. Das ist ziemlich fucking süß. Hm. Klebeband. Fehlen noch zwei Zutaten. Naja. Definitiv. Wo könnten wir noch Zutaten fanden? Hm. Eine Zutat fehlt noch. Oh, Kate. Your locker looks so lonely. Hm. Was fehlt überhaupt noch für eine Zutat? Okay. Okay. Sieht... aus wie ein Feuerzeug. Hm. Ich glaube, wir können nicht von sprechen. Die ist scheinbar... zu sehr konzentriert. Hm. Vielleicht dunkle. Ah, okay. Aber das Klo können wir auch nicht. Wo ist die letzte Zutat, die wir brauchen? Hm. Hm. Vielleicht doch nochmal die... Chemie Klasse rein. Hm. Hier können wir nichts nehmen. Da können wir nichts nehmen. Hm. Hm. Da kommen wir nicht ran. Da kann man nur anschauen. Hm. Ich würde wahrscheinlich diese Zutaten finden. Tja, es ist... Leichtiges sagt, was getan. Versuchen wir es nochmal in der... anderen Klasse. Hm. Ja, irgendwie liegt hier... auch nichts. Was man gebrauchen könnte. Hm. Tja, es... Wie gesagt... Schwierig, wenn es keine Anhaltspunkte gibt. No, this mixture does not work. Hm. Hier ist die Sodium Chlorate Box. Max. So, mal schauen, ob wir... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Tja, Max hat schon mal dazugelernt. Jetzt ist es Zeit, Chloe zu zeigen, dass Max die Bombe ist. Ah, hoffentlich geht's nicht schief. Ich bin bereit. Lass diese Tür in die Bälle. Lass es schnell an die Tür, Chloe. Lass uns das erst mal versuchen. Boom. Literal. Ja. Time to blow shit up. If you'll light the candle. This is so cool. Get ready to haul ass. Das... war so fucking cool. Oh, wir sind tot. Hier kommt die ganze Arcadia Bay Feuer- und Polisdepartement. Äh, also was sollen wir tun? Ah, am besten weglaufen. Obwohl, wenn wir schon dabei sind. Vielleicht können wir hier noch ein paar Informationen suchen. Hm... Sieht schlecht aus. Ah, ist verdammt. Tja, was sollen wir denn großartig tun? Gibt es irgendwo einen Alarmknopf? Oder... Irgendwas? Ja, okay. Oder so rum. Wenn ich diesen Mann öffne, kann sie nicht mit ihrer Rehleitung schützen. Oh, das ist Scheiße. Fuck you, Dorr! Willkommen in meinem Domain. Du bist magisch. Ich habe keine Ahnung, wie du da in die Hölle gekommen bist. Aber du hast es geschafft, Frau. Die Firma, die ich stehe, ich stehe. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, warum der Prinzessin lockt diese Wohnung. Falsch, Faux-Art-Krapp. Er muss alle wissen, dass er Geld hat. Aber keine Ahnung. Keine Ahnung. Wie kann man jemanden mit einem kleinen Blasen in einem Haus... Ich bin glücklich, dass ich mich ausgespelt habe? Ich bin glücklich, dass ich mich ausgespelt. Ja, wenn nur der Prinzessin hatte Monet oder Picasso warst, dann wäre es noch ein Blackwell. Eat me. I'm gonna pilfer the papers on this ugly ass desk. Okay, sure. It's ugly, but damn, is it a cozy chair. This is your chance to truly get all deductive and shit, Sherlock. Find us some clues about Rachel or Kate or Nathan. Anybody. I'm on the case. Okay. Let's look for the proofs. Okay. This pretty much sums up Kate. Shy and sweet. And in the wrong place. Two. Only two more files to go. I certainly can't use this. Hmm. Look at this pile. Tumbleweeds. Auch nichts. Auch nichts. Weird. This asshole has a spotless record. Like I'm not gonna read my own personal file. Hmm. This file is going to be so spotless, I'll projectile vomit. I have to make sure Warren doesn't have a criminal background. Let's nab this last file, Sherlock. Always wanted to say Nick. Rachel doesn't seem so troubled based on all this. But there's not much here about the police investigation. Man. I don't blame the principle for expeling Chloe. Bad Chloe. I think we found everything in here. I should go join Chloe now. Well. Well. Let's talk about Chloe. Max. You better come check out these files. Nathan accuses Rachel of bringing drugs on campus. And my step troll went along because he thinks Rachel was a bad influence on me. Assholes. If David is teaming up with Nathan Prescott, that's a bad sign. Nathan Prescott the third. Ooh, he's so money. And you know the Prescott's dropped Major Bank to bury Nathan's real file. Look, it reads like a rap sheet. Bad grades, teacher complaints, secret probation. But I was expelled? At least Nathan was finally suspended. Check out that note. Open it. It's just some crazy drawing. It's not a drawing. Look. Rachel in the dark room. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. That's fucked up. What does this even mean? Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. Whoa. Listen to this. David M. always asks what's going on in my head. David M. always helps me follow those he follows. It's pretty cryptic. No, it sounds like they formed some sort of weird team, the super he bros. Jesus. David was stalking Kate, hassling me, and now we know he was all over Rachel too. Oh, we are so going into his garage files. Plus I'm getting a little paranoid in here. We got our info. Let's bail. But maybe we shouldn't leave without a gift. No, you are not taking the cozy chair. Max, do your powers include mind reading? Or did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused. It's the powers of best friendship. I know how you roll. We should definitely get out of here. We've pressed our luck enough. Hello, what have we here? Holy shit! Jackpot! Cha-ching! Wow, sir. That's a lot for the handicapped folks. Dude, there's $5,000 here. I could pay Frank back tonight. This will chill him out after you almost, you know, shot him. Are you going to make a big issue out of this? Or just rewind and take the greenbacks for yourself. I hope you do that instead of lecturing me. Frank knows things about Rachel and he might talk if he's been paid. Right? You are, Supermax. And with the leftover dough, I'll take you on a road trip to Portland for the day. We'll stock up on Tats, beer, weed, donuts, and books from Powell's, and strip clubs. Kidding. But you never know. I feel like shit for taking that money. Hmm. Naja. But you don't know where the money comes from. That impish look scares me. Care for a midnight swim? The Blackwell pool is ours. Swimming? You want to take that risk now? It's been a cray week. We deserve a little mindless fun in the water. We're done for the night anyway. We're rich. And nobody busted us. So? Splish splash? You're right. We hella deserve it. Splish splash. Did you actually just say hella? I think I'm a good bad influence on you. We're in the otter's lair. Big fuckin' deal. Big fuckin' deal. I want that heated water. We still have to play it cool, okay? I still go to school here. You can own this hellhole once you figure out your rewind power. Chloe is so psyched for girls night out, so I better follow her evil plan. Hmm. Naja, aber es hätte ja auch recht, wenn man die Kraft meistern kann. Könnte man auch die Zeit jederzeit wieder zurückspulen. Egal wie weit in die Vergangenheit. Naja. Allerdings würde ich sagen, ich beende den Part schon an dieser Stelle. Lasst ihr wie immer noch mehr Wert unter. Ich würde euch darüber freuen und wenn ihr nichts überfassen wollt, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Und ich hoffe wir sehen uns in der nächsten Folge von Life is Strange wieder. Ciao!